Hallo und herzlich willkommen zu einer Sondermeldung, ein Blitzbulletin. Es geht um Trackmania, es geht ganz genau gesagt um meinen Clan X-Rated in Trackmania aktiv seit 5 Jahren. Wir feiern unseren 5. Geburtstag und das wollen wir natürlich in besonderer Art und Weise begehen. Am 15. Oktober geht es los mit einem Mapping-Contest. Bis 30.10. habt ihr Zeit eine möglichst gute Strecke zu bauen, Regeln für den Contest und die Strecken findet ihr ab 15.10. auf unserer Homepage. Unten in der Beschreibung ist der Link. Die nächsten zwei Wochen, also vom 30. bis zum 15. November, 30. Oktober bis 15. November, werden wir die Strecken dann bewerten und insgesamt sieben Sieger-Maps küren. Für jeden der sieben Autoren gibt es 7777 Planets Belohnung. Insgesamt werden wir da 100.000 Planets raushauen und da wir auch in TMU aktiv sind noch und halt auch vorher waren, nicht nur in Trackmania 2 Canyon, sondern auch in TMU, werden auch noch einige Koppers rausgehauen. Da sind noch so einige Restbestände bei uns da, die werden wir alle verjubeln. Ab dem 11.11. werden die sieben Siegerstrecken dann online im Time-Attack-Modus auf unserem Server gefahren. Jeden Tag eine andere Strecke und ihr habt dann also 24 Stunden Zeit, das Maximum auf jeder Strecke rauszuholen, da eure Bestzeit abzuliefern. Die besten Fahrer werden auch hier wieder mit Planets belohnt. Die letzte Map endet am 18.11. um 20.30 Uhr und dann geht es direkt in die Geburtstagsfeier über. Wir fahren gemeinsam. Fast alle natürlich von X-Rated, Maupi wird dabei sein, ich werde dabei sein, Schandmaul, Azepeng, Weed, Mr. Bones, alle X-Rated-Fahrer, die Zeit haben, werden dabei sein. Wir werden gemeinsam fahren auf unseren Lieblingsmaps in Trackmania United und Trackmania Canyon. Wir werden also zwei Server offen haben. Einen für Trackmania United, United Forever natürlich, und Trackmania Canyon, das neue Trackmania, Trackmania 2. Ja, seid dabei. Link ist in der Beschreibung zu unserer Homepage. Ab 15.10. findet ihr dann dort alle Informationen, die ihr braucht. Wie gesagt, es gibt Koppers und Planets en masse abzuholen. X-Rated feiert seinen fünften Geburtstag. Seid dabei.